Ich glaube hier brauche jemanden Wasser, oder? Für weniger wäre ich auch nicht hochgekommen, hätte ich gesagt. Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Ihr habt richtig gute... Die weint ja, okay. Tut mir leid. Ihr habt eine richtig geile Energie. Ich habe in letzter Zeit nicht so eine krasse Energie. Weil ich hatte so ein bisschen Pandemie. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Und ich war die ganze Zeit zu Hause. Ich war die ganze Zeit zu Hause und war im Homeoffice. Und ich bin dann irgendwie so dick geworden. Ich habe einfach so ein bisschen zugenommen. Aber ich habe das selber gar nicht mitbekommen. Sondern meine Freundin hat mir das gesagt. Aber nicht einfach so, sondern so ein bisschen durch die Blume. Die hat nämlich gesagt, Schatz, sollen wir uns nicht eine Waage holen? Seht dein Gesicht nicht mehr, wenn ich dir einblase? Dann habe ich gesagt, ja okay, Schatz, ey. Bis wir irgendwie Lösungen finden. Und ja, wir facetimen jetzt immer. Ich habe wirklich richtig viel zugenommen. So am Bauch und auch an den Brüsten. Das ist ein bisschen kacke, so als Mann. Weil jetzt könnte ich einfach ihre BHs anziehen und sie meine. Und das will ich nicht. Das sind meine BHs. Ich habe das auch wirklich dann daran gemerkt. So manchmal, wenn ich auf dem Klo sitze, verheddern sich meine Nippel, mein Beinhaar. Und das war dann so der Punkt, wo ich mir dachte, hey, ich muss irgendwie was machen. Ich muss irgendwie anfangen, irgendwie Sport zu machen, rauszugehen oder irgendwie sowas. Und da haben wir uns ja alle irgendwie in der Pandemie ja gedacht, hey, ihr könnt mir ja einen Hund holen, oder? Könnt ihr ja einen Hund holen. Ist ja auch mega logisch, oder? Wenn ich meinen eigenen fetten Arsch nicht an die Luft bekomme, versklave ich ein anderes Lebewesen. Gibt es ja auch in der Natur richtig oft. So Schimpansen, die mit Wölfen Gasse gehen. Mega häufig so. Aber ich habe mich dann so gefragt, was ist das mit dem bester Freund des Menschen? Hat mir jemand den Hund gefragt, ob er den möchte? So, nee, ich habe dafür gezahlt und das ist jetzt mein Freund. Aber ich will nicht dein Freund sein. Ich habe schon einen Freund bei meiner Familie. Kann ich nicht einfach wieder dahin zurückgehen? So, nein, ich schneide dir die Eier ab und nenne dich Fifi und er wird jetzt mit so meinen Freund. Jesus, warum so aggressiv? Geh mir nicht so irgendwo hin, wo es schön ist, Natur oder sowas. Nein, alles ist betoniert und asphaltiert. Das Höchste der Gefühle sind so betonbörtige, ein Meter über die Erde. Aber das wirst du nicht sehen, weil du zu klein bist. Nee, ich habe mich dann dagegen entschieden, weil irgendwie bin ich nicht so gut mit Lebewesen, habe ich gemerkt. Mir stirbt mitten am Tag mein iPhone weg. Ich habe dann mich für etwas anderes entschieden. Ich mache jetzt so einen Extremsport. Ich habe so Extremsport jetzt angefangen, ich gehe jetzt spazieren. Und ich bin richtig viel spaziert, so in der Pandemie und als ich im Homeoffice war. Und da sind mir richtig viele Dinge so passiert. So eine Sache war, ich bin so spazieren gewesen und dann bin ich an so einem Spielplatz vorbei und da ist so ein Holzshit davor gewesen. Und dann hat so ein Raudi mit Kreide dran geschrieben, Gott liebt dich. Richtig krasse Christenraudis. Und Gott liebt dich. Also ich habe selber jetzt nichts mit Gott am Hut. Also ich habe nichts mit denen zu tun, außer ich benutze halt gerne ihre Sprüche. Sowas wie, oh mein Gott! Oder Jesus Christ! Weil die Alternativen sind einfach alter Falter. Oder mein lieber Herrgesangsverein. Ein andermal bin ich so spazieren gewesen und da ist mir so eine Nacktschnecke über den Weg gelaufen. Und ich habe mir dann gedacht, warum sind die Nacktschnecken eigentlich die Weirdos unter den Schnecken, oder? Weil die sind doch genauso wie wir. Die haben einen festen Wohnsitz, die gehen ganz normal zur Arbeit, die ernähren ihre Familie. Und aber die normale Schnecke mit ihrem Haus hinten drauf, die hat keinen festen Wohnsitz. Die hat immer ein Wohnmobil dabei. Und immer wenn die mit ihren Schneckenkumpels so abhängt, sieht es einfach aus wie so ein Trailerpark. Deswegen würde ich einfach sagen, wir benennen die um in Redneck-Schnecke oder Trailer-Schnecke oder irgendwie sowas in die Richtung. Eine andere Sache, die mir auch passiert ist beim Spazieren. Richtig viel Spazier-Content. Eine andere Sache, die mir passiert ist, ich bin so spazieren gewesen und es war so mega der schöne Tag. Das war so blauer Himmel, Vögel haben gezwitschert und da fällt ein Glas um. Also es war blauer Himmel, Vögel haben gezwitschert und vor mir lief so eine Dame. Die war ungefähr so 60 Jahre alt. Und aus dem Nichts zieht die ihre Hose runter und fängt vor mir an zu kacken. Das ist halt fucking Berlin, weißt du? Das war mitten am Tag, das war neben der Bäckerei. Das hat nach Zimtschnecken gerochen und die kackt einfach hin. Ich war mega schockiert. Ja, aber so alle anderen sind so völlig normal dran vorbeigelaufen. Manche haben sie so gegrüßt, so hallo Susi, wie geht's den Enkeln? Ich war mega perplex, Alter. Ich war mega schockiert. Ich bin so an ihr vorbeigelaufen. Sie fängt dann so an Candy Crush zu spielen irgendwie. Guckst ihr so an, Alter, was geht denn bei dir? Und sie guckt mich so an, so, hm, was ist dein Problem? Als wäre ich der Weirder, weißt du? Als wäre ich bei ihr in die Wohnung reichen. Die Party ist so aufgetreten, so, hallo Susi, wie geht's den Enkeln? Nee, das war mitten am Tag. Da ist eine Mutter mit ihrem dreijährigen Kind dran vorbeigelaufen. Schau mal vor, das ist deine erste Erinnerung als Kind. Alter, was ist der Kackt, das ist deine erste Erinnerung? Bist doch mega traumatisiert, oder? Also bei mir hat es auf jeden Fall was ausgelöst. So, nämlich zwei Dinge. So, erstens, ich habe jetzt mega Angst vor Leuten, die vor mir laufen, plötzlich langsamer werden. Und zweitens, ich zweifle jetzt total an meinen gesellschaftlichen Skills, weil ich war jetzt fast zwei Jahre im Homeoffice. Und ich weiß nicht, aber vielleicht hat sich die Welt ja weiterentwickelt. Vielleicht ist es jetzt völlig normal geworden. Vielleicht gehst du mit deinem Arbeitskollegen Thomas in die Mittagspause. Ja, also Thomas, wegen den Bilanzen, ne? Wir müssen jetzt fertig kriegen bis Dienstag! Wir müssen jetzt fertig kriegen bis Dienstag! Blum, 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 blum. Hast du mir ein Tempo, Dicke? Hast du mir ein Tempo? Ja, dankeschön. Aber das passiert ja in Berlin die ganze Zeit, oder? Mir ist nochmal passiert so, wir haben vor unserem Edeka so einen kleinen Busch, der ist so hoch. Und jetzt hat die eine Frau der Perspektiven nicht verstanden, weil die hat sich dahinter gesetzt und hat angefangen zu pinkeln. Und von der einen Seite hast du so ihren Kopf gesehen und von der anderen Seite einfach alles! Ich weiß nicht, was die sich gedacht hat. So, naja, wenn ich in die Richtung gucke, dann sieht das keiner, oder? Keine Ahnung. Ein anderer Typ, war ich morgens auf dem Weg zur Arbeit, wo ich es noch konnte, ja? Und kennt ihr diese Werbetafeln an der Tramstation, ja? Und der Typ war so ein richtiger Picasso, ja? So ein richtiger Künstler. Der hat nämlich so sein Dünches da so verteilt, ja? Und weil er jetzt so ein krasser Künstler ist, hat er da so ein Taschentuch in die Mitte gelegt, so. Und bitteschön! Fuck, ey. Naja. Ich wohne nicht alleine, da wo ich wohne. Richtig guter Übergang, oder? Hab ich richtig lang geübt dafür. Ich hab ne... Ich hab ne Freundin. Ich hab ne Freundin, seit fünf Jahren bin ich mit ihr zusammen. Seid ihr auch ein Paar? Wie lange seid ihr schon zusammen? Okay. Wohnt ihr auch zusammen? Ja, okay, dann spieg ich jetzt nur für euch. Nee, also ich bin auch seit fünf Jahren mit meiner Freundin zusammen. Und ich hab über die Zeit jetzt so festgestellt, worauf es ankommt in deiner Beziehung. Ja, ihr wahrscheinlich auch. So meiner Meinung nach nehm ich auf zwei Dinge. So erstens, wie gut ist eure Kommunikation? Ne, man muss alles mal ausdiskutieren. So wie, warum hast du die Spülmaschine nicht eingeräumt? Oder hä, warum hast du mit meiner Schwester geschlafen? Oder so. Man muss halt immer... Ja, so, ja, ja, genau. Man muss halt immer über alles reden. Und die zweite Sache ist, wie gut ist man im Aushalten von 14? Weil das gehört zum Alltag genauso dazu, wie Spülmaschine einräumen oder Schwester ficken. Das ist immer da. Deswegen lebe ich ja auch nach der Devise, beweise mir deine Nase aus Stahl und ich schenke dir einen Ring aus Gold. Nee. Gott kann dir hier nicht mehr helfen. Nee, also ich kenne so von mir, ne, am Anfang einer Beziehung, da tut man immer so, finde ich, wie so ein Roboter, ne, ohne menschliche Bedürfnisse. Und dann sagt man immer so Sachen, ne. Och, das ist ja ein schönes Kleid, ja. Oder natürlich haben wir Haftbuffet beim Sex, ja. Oder Schatz, mach schon mal die Musik an, ich komm gleich wieder. Und in Wahrheit gehst du dann kacken. Aber ich finde, kacken ist mega das harte Wort, oder? Wenn man bedenkt, was da wirklich rauskommt. Kacken klingt für mich wie so ein Stahlbetonbolzen, der auf dem Boden aufklenkt. So kacken, kacken, kacken. Ich würde eher sagen, es ist Flutschi-Plumsi. So, Schatz, 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 mach schnell, ich muss von Flutschi-Plumsen. Hansi, nicht den ganzen Tag Flutschi-Plumsen, wir müssen hier weitermachen. Der Typ ist zu blöd zum Flutschi-Plumsen. Nee, aber ich, bei mir und meiner Freundin, kenne ich das zum Beispiel auch, wir sitzen schön eingeflauscht auf der Couch. Wir gucken eine Rom-Com, also eine Comedy über Römer. Und im nächsten Moment, und im nächsten Moment liege ich ohnmächtig auf dem Boden, werde wieder überlebt von Sanitätern, weil meine Freundin einen Spion-ähnlichen Giftgasangriff auf mich ausgeübt hat. Wenn ich furze, dann ist es eher wie so ein Geschenk von einem Großonkel. Es kommt unerwartet, ist aber oft scheiße. Oder es ist wie, wenn ein Vollweiser auf eine Tretmine läuft. Es gibt kurz einen Knall, aber es wird auch niemand vermissen. Nee, aber wir haben uns mittlerweile schon voll den Spaß draus gemacht, so, ja. Schon voll die Spiele draus gemacht, so. Letztens habe ich durch einen Spalt in der Tür gefurzt und dann ganz schnell zugezogen. Das nenne ich Räucherkammer. Sie hat sich dann an mir gerecht. Sie hat sich dann an mir gerecht, sie hat beim Löffelchen machen meinen Pimmel angefurzt. Und ich war nicht mal sauer, es wurde dann schön warm und kuschelig und wir sind uns näher gekommen. Es war echt schön. Meine Freundin hat mir jetzt letztens auch so ein Duschgel gekauft. Meine Freundin hat mir so ein Duschgel gekauft und da stand so drauf, Anti-Stress-Duschgel. Und ich wusste nicht, dass es Leute gibt, denen Duschen zu stressig ist, weil ich dusche nie so. Bei mir ist es immer relativ entspannt. Und auch wenn ich es ein bisschen eilig habe, dann brauche ich kein Anti-Stress-Duschgel. Dann bin ich ja mega entspannt und komm zu spät, oder? Stell dir mal vor, kommst du zu spät zur Arbeit und dein Chef fragt dich, warum ist es zu spät? Sorry, falsches Duschgel? Macht doch ja keinen Sinn. Meine Freundin arbeitet jetzt auch in einem Büro. Meine Freundin arbeitet jetzt in einem Büro. Und die hat dann so ein bisschen Angst, öffentlich so ihre Gefühle zu zeigen. Und wir telefonieren mittags, ab und zu. Und letztens habe ich sie so angerufen und dann habe ich zum Schluss gesagt, alles klar, Schatz, wir sehen uns heute Abend, ich liebe dich. Und sie hat gesagt, gleichfalls. Ich meine, was ist denn ihre Angst gewesen, dass Leute an der Kaffermaschine lästern? Sabine, Sabine, hast du gehört, was Silke gesagt hat? Sie hat gesagt, ich dich auch, macht sie sich einen Onlyfans-Account. Na ja, wie gesagt, ich bin im Homeoffice, ich sitze die ganze Zeit da, Entschuldigung, ich sitze die ganze Zeit voll viel, ich bin Büro-Typ, ja. Und durch dieses ganze Sitzen, ja, das geht mir so voll auf die Knie und voll auf die Hüfte und voll auf den Rücken. Und ich fühle mich mittlerweile mit 30 wie so ein 70-Jähriger einfach, ja. Und dann habe ich diesen einen Spruch gelesen, vielleicht kennt ihr den ja auch, so, Sitzen ist das neue Rauchen. Schon mal jemand gehört? Ja. Sitzen ist das neue Rauchen. Na ja, das heißt im Prinzip so viel wie, ja, durch das ganze Sitzen ist schädlich für den Körper, wie Rauchen halt. Aber ich habe mir dann gedacht, was wäre, wenn Sitzen wirklich wie Rauchen wäre? Könnte man dann Stühle bald nur noch ab 18 kaufen? Müsste die Care dann so warnenweise draufpacken, so Sitzen ist tödlich oder Kinder von Sitzern wären selbst oft auch Sitzer. So Jugendliche würden dann heimlich auf den Schulhof sitzen gehen. Mütter aus dem Prenzlauer Berg kommen dann auch und sagen, Entschuldigen Sie bitte, Sie sitzen neben meinem Kind, da hinten gibt es eine Sitz-Area, ja. Im Flugzeug gibt es dann auch so geile Durchsagen. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist ein Nicht-Sitzer-Flug. Weder das Sitzen auf den Gang, noch das Sitzen auf der Toilette ist erlaubt. Dankeschön. Im Film kommt der Kaube dann auch so angeritten, steigt so von seinem Pferd ab, guckt dem Bösewicht ins Gesicht und dann setzt er sich erstmal hin. Nach dem Sex erstmal schön sitzen. Okay. Naja, aber irgendwann ist Sitzen ja auch so illegal, weil es so schädlich ist. Und dann hörst du im Radio so durchsagen, die Polizei hat bei einer Razzia 350 Stühle, 20 Sofas und einen Sitzhack beschlagnahmt. Von den Tätern fehlt jedoch jede Spur, sie haben alle stehen und liegen lassen. Junkies am Kot, die kommen dann auch so an. Dicke, hast du mir einen Hocker? Ich muss unbedingt wieder sitzen. Ja, und statt Kokstaxis gibt es dann Stuhl-Taxis. Eine Sache, eine Sache habe ich noch zum Sitzen, dann sind wir auch drüben mit dem Sitzen. Und zwar, wenn man die ganze Zeit sitzt, dann machst du deine Knie kaputt, deine Hüfte und deinen Rücken und irgendwann kannst du nicht mehr richtig stehen. Bekommt man von zu viel Sitzen einen Rollstuhl? Voll absurd, oder? Mega absurd, das ist wie wenn ein Kiefer mit einer kaputten Longe zum Arzt geht und der Arzt so, ja, beruhig dich mal, hier ein bisschen Kram ist. So, danke, das war's von mir. Ciao.